So Freunde, falls ihr noch günstige Ultimate Team Münzen braucht, dann schaut mal in die Beschreibung bei meinem Sponsor golda.com vorbei. Dort findet ihr einen schnellen, günstigen und sicheren Service und ihr könnt den Code GBTV für einen 2% Discount benutzen. Link in der Beschreibung. Yo Leute, was geht? Und nochmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 15 Karrieremodus mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ja, ihr seht schon, mir ist wieder mal ein Malerchen passiert. Im letzten Part war es der 25. September. In diesem Part ist es der 16. Oktober. Was hast du angestellt, Simon? Ich habe eine Folge aufgenommen. Wer auf Instagram sehr aktiv ist, der hat das schon mehr oder weniger mitbekommen. Ich habe eine Folge aufgenommen, noch eine weitere, die ich noch auf platt hatte, die ich die ganze Zeit bringen wollte. Aber dann ist die Gamescom dazwischen gekommen und während der Gamescom-Zeit, muss ich euch vorstellen, ist am Donnerstagabend, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, einfach mal mein PC kaputt gegangen. Das Boot-System hat es komplett einmal durchgeschmort. Wer sich mit dem PC auskennt, weiß, wenn das kaputt ist, dann ist eigentlich so ziemlich vorbei. Da kannst du froh sein, wenn nicht alle anderen Teile auch noch durchgeschmort sind. So musste ich mir dann eine neue Windows 10 Lizenz kaufen, beziehungsweise einfach alle meine Daten löschen, neue Windows drauf fahren. Ursache von dem ganzen Shit war mein Netzteil, was mein PC einfach nicht lange über Leistung versorgen konnte. Das hatte ich früher immer so, dass mein PC nach 7, 8 Stunden abgeschmiert ist. Und ja, in diesem Fall ist er halt für immer abgeschmiert. Und das heißt dann, neues Netzteil, Boot-System wieder irgendwie hinkriegen. Ich habe es dann im PC-Laden irgendwie geschafft, aber alle meine Daten waren weg. Und diese Folge war schlauerweise, die ich aufgenommen habe, auf meinem PC. Daher sind jetzt hier zwei Wochen Ultimate Team, äh Ultimate Team zwei Wochen der Karriere weg. Beziehungsweise einfach zwei Spiele, drei Spiele. Und zwar waren es, ähm, ich kann mal kurz gucken, war es ein Champions-League-Spiel. Das war das auswärts bei Lockeren, was ja eigentlich im letzten Fall kommen sollte. Das lädt jetzt hier gerade nicht. Ist auch egal. Das waren 1-1 in Lockeren. Und jetzt gucken wir auf die Begegnung. Ähm, es war ein 4-0 zu Hause gegen Hannover, das ich simuliert hatte. Und dafür müsste auch noch ein Spiel gewesen sein im September. Ne, das 2-1 in Dortmund hatten wir. 4-0 gegen Gladbach hatten wir auch. 2-0 in Hamburg hatte ich noch gespielt. Und dann war es das schon. Gab es nicht mehr. 25.9. Ne, 0-2. Dann war es nur das Freiburg-Spiel. Also, Freiburg 0-2 auswärts gewonnen, 4-0 Hannover zu Hause und 1-1 in Lockeren. Also drei Spiele habt ihr jetzt verpasst. Tut mir leid, so spektakulär war das Ganze aber auch nicht. Und jetzt machen wir einfach da weiter, wo wir auch sonst immer weitermachen. Und zwar Karriere-Auswärts-Spiel bei Freiburg. Ich hoffe, euch ist das Gelaber jetzt hier gerade nicht auf den Sack gegangen, aber ich musste das ja mal kurz klarstellen. Ähm, die Aufstellung passt eigentlich. Ich würde es genau gerne so spielen, nur dass ich Piesinger irgendwie gerne dabei hätte. Und dann können wir es eigentlich auch so weit machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Spiel. Let's go! So, und da sind wir auswärts bei FC Freiburg. Mensuar Muitza, Innenverteidiger, alter 32 Positionen-Verteidiger. Leider der Partie ist Ansgar von Hauenstein aus Deutschland. Und ich habe schon wieder die, äh, Dingsübersprung, die Anfangsanimation. Was man auch ganz cool sagen kann, in FIFA 16, ich hoffe, ihr habt das Ganze gesehen, wird es diese offiziellen Bundesliga-Animationen geben, was ich schon mal sehr, sehr nice finde. Das, äh, werden wir dann in der nächsten Karriere dann sehen. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr direkt wieder mit Bayern mache. Eigentlich hat es ja schon Tradition. Aber ich denke mal, ich werde dazu wieder eine Umfrage dann starten. Und jetzt wollen wir uns erstmal hier drauf konzentrieren. Los geht's, Robben hier, direkt mit einem schönen Dribbling. Piesinger, wenn der Ball jetzt hier perfekt kommt. Auf Bale, der ist zwar nicht schlecht, aber Bale kriegt ihn nicht. Also, jetzt erstmal auf das Spiel hier konzentrieren, auf die Karriere. Wir haben ja in dieser Saison noch einiges vor. Oh, der Ball kommt tatsächlich zu Müller, nach dieser Abwehr von Alaba. Holy shit, zu viel Zufall. Müller macht das gar nichts. 0-1, sechste Minute. Loll. Ja, kann man mal machen. 0-1, auswärts in Freiburg, nach 6 Minuten. Nach dieser komischen Abwehr von Alaba, die dann Müller natürlich in die Karten spielt. Der läuft ganz locker um den Torwart herum. Und dann steht es 0-1, nach 6,5 Minuten. Kann man mal machen, würde ich sagen. Beistoßchance für den SC, der mittlerweile in Relife nach Hoffenheim abgewanderte Jonathan Schmied. Und Neuer! War es Latte oder war es eine überragende Parade von Manuel Neuer? Eigentlich egal. Denn der Ball ist zum Glück nicht dringend. Aber was eine Parade von Manuel Neuer. Und die Freiburger, sie lassen nicht locker. Ball ist immer noch nicht geklärt. Neuer jetzt draußen. Was eine Parade vom Welttorhüter. Ho, ho. So, Bale über die linke Seite. Dampf machen. Dafür ist er bekannt. Bale löst sich hier. Die Flanke kommt rein. Müller und 0-2. 17. Minute. Auch bei Thomas Müller läuft es endlich wieder. Thomas Müller schnürt hier den Doppelpack nach. 17 Minuten. Wunderbare Vorlage von Gareth Bale. Und der Müller. Der Müller dient ihn wieder rein. 0-2. Philipp Lahm. Oh, jetzt Fehler im Aufbauspiel. Darida. Vorsicht. Und das nicht der Anschluss. Doppelfosten und Neuer ist da. Holy shit. Also das hätte das 1-2 sein müssen. Lahm jetzt hier wieder mit dem Fehler. Aber Robben ist da. Oh, Martinez setzt nach. Aber Freiburg jetzt hier mit einem leichten Übergewicht in den letzten Minuten. Mit mehr Chancen. Und das gerade wäre fast belohnt worden mit dem Tor. Also das war echt sehr, sehr lucky. Und Slimani. Und da ist es passiert. Das 1-2. Nicht unverdient. Muss man ganz klar sagen. Muss man klar sagen. Ich glaube es war Kerk. Und der spielt ihn dann nochmal weiter auf Slimani. Schöner Doppelpass. Ja, und dann legt er den dann Neuer vorbei. Der kriegt ihn sogar fast. Nox Slimani mit seinem vierten Saisontor. Neuer kann wirklich wenig machen. Und in der 45. Minute. Das ist nicht verkehrter Zeitpunkt. Also da werden die Freiburger bestimmt mit einer Menge Selbstvertrauen jetzt aus der Halbzeit kommen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Und das war kein Abseits. Und da ist das 2-2. Was ein Riesenfehler im Aufbauspiel. Von Alaba. Und dann war es kein Abseits, weil Boatengs auflöst. Neuer ist sogar noch dran. Und Slimani schnürt den Doppelpack. 48. Minute. Die Freiburger mit dem Ausgleich. Und dann so ein Ball von Martinez. Oh, 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 Freunde. Das sieht gar nicht gut aus. Und Robben mit so einem explosiven Antritt. Robben. Das ist super. Von Robben. Und da ist er drin. Arjen Robben. Es ist wirklich. Wenn es nicht funktioniert. Dann spielt den Ball zu Arjen Robben. 3 zu 2. 70. Minute. Der Typ ist ja der Wahnsinn. Der Typ ist ja der Wahnsinn. Wird hier gehalten. Hätte wahrscheinlich sogar eh den Elfmeter gegeben. Und dann schießt er den völlig platziert. Rein durch die Beine. 3 zu 2. Arjen Robben. Fünfte Saisontor. Der spielt schon wieder so eine kranke Saison. Und da haben wir das Spiel wieder in unserer Hand. Und es gibt Elfmeter. Wofür? Wofür? Lol, warum? Hummels war es. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht. Ich weiß nicht, wieso. Holy shit. Ja. Costa kommt für Robben. Und es gibt Elfmeter. Ich habe es nicht gesehen. Ich wollte ihn da am Flügel angreifen. Es muss irgendwas in der Mitte passiert sein. Ich habe auf Tackle gedrückt. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen berührt. Jetzt muss ich aber erstmal den Elfer halten. Slimani könnte einen Dreierpack machen. Aber wir haben Neuer am Tor. Der ist ein Elferkiller. Komm schon. Neuer. Neuer. No. Latte. Ne, drin. Slimani eiskalt. Lupfter den unter die Latte. Slimani ist ein kalter Hund. Drin ist er. 3-3. Sechste Saisontor für Slimani. Und damit steht es 3 zu 3 hier. Die Freiburger kriegen sogar nochmal einen Freistoß. Hoffentlich wird der nicht gefä... Es ist unglaublich. 90. Minute. 4-3 für die Freiburger. Und der Wahnsinn nimmt ein Ende. Enli Nguyen. Keine Ahnung wer das ist. 4-3. 93. Ich... Ich muss es gerade mit Humor überspielen. Was ist hier gerade los? Ja. Dirk Uppler. Douglas Costa. Das war... Brotlos. Martinez pfeift da ab. 4-3. Für Freiburg. Gegen Bayern. Und damit haben wir das erste Spiel dieser... Folge schon mal extremst verkackt. 4-3 verloren. Also... Ne. Wow. Das war schlecht. So. Nachdem wir das erste Spiel dieser Episode... wirklich hart verkackt haben... Muss es jetzt in der Champions League weitergehen. Zwei Spiele. Zwei Punkte. Ich hab's ja gesagt. Das Sport lockieren. Spiel habt ihr nicht gesehen. Das ist 1-1 ausgegangen. Valencia Tabellenführer. Die können wir mit einem Sieg... Locker vom Thron stoßen. Und das ist auch so mehr oder weniger unser Ziel. Ich werde denke ich mal heute... Auf eine andere Ausstellung zurückgreifen. Das schauen wir uns dann gleich an. So Leute. Ihr kennt's. Wenn's bei mir nicht läuft... Muss eine neue Formation her. Und die heutige ist ein... Ja. Stück offensiver würde ich sagen. Eine 4-1-3-2. Das heißt wir haben drei offensive Mittelfeldspieler... Und noch zwei Stürmer heute. Also mal Lewandowski und Müller vorne drin. Ich bin mal echt gespannt wie das wird. Zuhause gegen Valencia. Wünscht mir viel Glück Freunde. Wir sehen uns im Spiel... Gegen Valencia. Es muss wieder ein Sieg her. Und ich bin mal gespannt. Ansonsten noch Erinnerungen. Alonso mal wieder auf A6. Und Costa und Draxler. Heute für Bale und die Maria. Wir sehen uns im Spiel Jungs. So und da sind wir. Zuhause in der Allianz Arena. In der Champions League. Gegen Valencia. Es steht uns ein hartes Stück Arbeit. Hier bevor. Gegen den Gegner aus Spanien. Der momentan diese Gruppe hier. Ich glaube die Gruppe C ist es. Anführt. Mit vier Punkten. Ein Sieg. Ein Unentschieden. Wir bis jetzt mit zweimal. Ein um 1-1. Daher zwei Unentschieden. Porto auch mit zwei Unentschieden. Und blockieren mit einer Niederlage. Die dann wahrscheinlich gegen Porto war. Sonst würde es gar keinen Sinn machen. Und auch einem Unentschieden gegen uns. Die Mannschaft heute mit Robben. Costa und Draxler. Wirklich mit vielen. Auch jungen Spielern auf dem Feld. Das muss man auch ganz klar sagen. Alt sind halt wirklich nur Alonso und Robben. Und halt Lahm. Also es sind halt drei Spieler. Oha Lewandowski mit einem schweren Fehler. Figuli. Oha Hummels gritscht vorbei. Boateng. Beide Innenverteidiger gerade kurzzeitig am Boden gelegen. Jetzt Pario über die linke Seite. Die machen das hier nicht ungefährlich. Die Spanier. War das ein Foul? Ne war es nicht. Alaba raus die Kugel. Erstmal durchatmen. So. Lahm auf Robben. Jetzt mal ein bisschen Platz. Robben. Lässt hier Gaia stehen. Robben. Der Ball kommt im Perfektmoment für Müller. Und Ulreich ist da. Richtig schöne Kombination über die rechte Seite. Aber Ulreich kann dann wirklich hier Schlimmeres verändern. Gute Parade. Costa. Ich glaube der war nicht im Abseits. Okay. Dann kommt die Flanke auf Müller. Nicht ungefährlich. Alonso hat jetzt den Ball. Legt ihn ab für Draxler. Und wieder ist Ulreich da. Also. Jetzt mal hier zwei große Chancen gehabt. in wirklich kurzer Abfolge. Oh. Was ein Fehler. Costa dann mit der Hacke. Müller. Kommt da nicht hin. Also. Wie Costa da den Ball geholt hat. Das war echt stark. Aber jetzt war den Sian nicht mit dem Konter. Alonso. Richtig stark. Neuer ist draußen. Und das war keine gute Idee. Und Latte. Oh shit. Nochmal die Möglichkeit. Boateng ist da. Also das war wirklich keine gute Idee von Neuer. Und dann war es wirklich um Schamhaaresbreite. Es steht. 0 zu 0. Also wir hatten hier wirklich ein Chancenübergewicht. Aber dann. Die von Valencia war natürlich jetzt hier gerade sehr sehr gefährlich. Wir sehen uns in der Halbzeit 2. Müller holt ihn. Lewandowski. Was ein Tor. Was ein Tor von Lewandowski. 1 zu 0. Fünfzigste Minute. Und da ist er doch endlich wieder. Der Pole auch mit seinen Problemen. Aber dieses Doppelstürmerplatte. Das funktioniert. Müller legt ihn hier mit dem Kopf vor. Und Lewandowski dann. Völlig humorlos. Ich weiß nicht, ob es komplett der Winkel war. Ja. Ja doch. Das sah schon sehr schön nach Winkel aus. Super Tor. Erstes Tor für Robert Lewandowski. In der Champions League in dieser Saison. Müller legt ihn vor. Und das hat wirklich super funktioniert. Fünfzigste Minute. 1 zu 0. Das geht doch. Draxler jetzt mal hier über links. Zieht ihn in die Mitte. Draxler. Und was ein Tor. Julian Draxler. Und genau das braucht er. Genau das braucht er für sein Selbstbewusstsein. Wenn er mal spielt, dann muss er solche Aktionen winnen. Genau dafür haben wir ihn. Als Backup. Der macht hier ein wunderbares Tor. Ziel über die linke Seite. Nach innen. Und was im Schlenzler. Der passt perfekt. Innenpfosten. Und dann rein. Ulreich. Ohne jede Chance. Da kann er sich noch so lang machen. Den kann er nicht kriegen. Den kann er nicht kriegen. Draxler. Natürlich vor dem Tor auch viel los. Also der war wirklich. Wie soll er den halten? Super Tor von Julian Draxler. Da passt alles. Da passt wirklich alles. Und dann steht es. Hier 2 zu 0. Es läuft. Konter läuft über Robben. Arjen Robben. Bleibt standhaft. Robben über rechts. Das ist stark. Wer ist in der Mitte? Lewandowski und 0-3. Perfekt vorgetragener Angriff. Lewandowski macht ihn dann. Mit dem rechten Fuß. Der passt perfekt. 65. Minute. Und jetzt ging es ja wirklich super schnell nach der Halbzeit. 20 Minuten in dieser zweiten Halbzeit gespielt. Und es sind 3 Tore gefallen. Ulreich. Ja. Da muss er spekulieren. Und so ein Spieler wie Lewandowski setzt ihn dann auch noch perfekt ins Eck. Was ein Spielzug. Wer hätte sich das vor 3-4 Wochen wirklich erträumen lassen. Wo es wirklich überhaupt nicht lief. Jetzt läuft es wieder. Und wir haben hier noch ein paar Wechsel vorzutragen. Die Maria kommt für Robben, der hier gerade wirklich wieder so ein super Sprintlinger liegt. Hat eine super Vorlage. Und Juan Bernat kommt für Alaba. Also nochmal hier ein Doppelwechsel. Vorsicht. Valencia hier gleich nochmal am Drücker. Mit Dani. Dann ist Boateng da. Parejo. Vorsicht. Vorsicht. Und Hummels wird jetzt gelb-rot sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was eine dumme Aktion. Ja. Na ja sogar glattrot, weil er letzter Mann war. Ganz dumme Aktion von Hummels. Kriegt hier den Abstoß kurz zugespielt. Will ihn dann annehmen. Dreht sich um. Legt sich den Ball zu weit vor. Dann kommt das lange Bein. Und dann kommt er zu spät. Glattrote Karte für Mazzu. Jetzt in der 76. Ota Mendi mit dem Freistoß. Der war aber zum Glück ungefährlich. Vorher macht er aber noch den Fehler. Und jetzt nicht Valencia zurückkommen lassen. Neuer. Und dann geht er rein. 1 zu 3. Valencia ist vielleicht nochmal da. Ist kein Foul. Und Valencia darf nochmal ran. Valencia darf nochmal ran. Gaia gegen Neuer. 3 zu 2. Und so schnell kann das gehen, meine Freunde. 3 zu 2. Da steht die Verteidigung wieder ganz schlecht. Neuer sogar durch die Beine. Der sieht nicht gut aus. Und Jose Gaia eigentlich Linksverteidiger. Aber den macht er wie ein Stürmer. Sonst war das hier heute. Nein, es ist vorbei. Kein Hätte, kein Wenn, kein Aber. Valencia dann einfach zu spät. Zu stark. Muss man ganz klar sagen. Am Ende waren sie wirklich super stark. Davor am Anfang der zweiten Halbzeit haben sie völlig den Faden verloren. Valencia am Ende dann ist es ein 3 zu 2 geworden. Hummels natürlich hat hier mit seiner roten Karte spät, spät, wirklich hier kompletten Blödsinn eingeladen. Ich glaube die 82. Minute war es. Aber wir haben das Spiel ja gewonnen. Von daher bleibt alles beim Alten. Alles gut. Und jetzt haben wir das nächste Spiel vor Augen. So, Heimspiel gegen Düsseldorf. Ich werde die Formation größtenteils beiwalten. Ich werde sie nur ein bisschen weiter nach hinten beordern. Die Spieler, die stehen mir doch ein bisschen zu offensiv. Das ist mir auch dann im letzten Spiel tatsächlich aufgefallen. So, das müsst ihr euch jetzt nicht angucken. Also, gleiche Formation nur ein bisschen weiter nach hinten. Wir sehen uns gleich im Spiel gegen... So, Heimspiel gegen die Fortuna. Was wir simulieren werden. Die haben vorher zweimal unentschieden gespielt. 1-1 gegen die Hertha, gegen die alte Dame und gegen die Eintracht aus Frankfurt. Vorher 1-0 gegen Schalke verloren. Elf die Minute Lewandowski mit dem 1-0. Alaba vorher mit Gelb. Es sind 30 Minuten gespielt. Und Lewandowski schnürt den Doppelpack. Also in dieser Formation scheint er wirklich aufzugehen. Muss man mal ganz klar sagen. Martinez kommt für Alonso. Ansonsten, Hummels darf ja heute noch spielen. Die Rote kam ja in der Champions League. Wartstuber ist drin. Macht das 3-0. Ansonsten kommt noch Bale für Robben. Martinez mit dem 4-0. Und dann haben wir unser sehr deutliches Ergebnis hier gegen den Aufsteiger aus Düsseldorf. Und die zweite deutsche Pokalrunde steht an. Die werden wir uns dann im nächsten Part angucken. Gegen Dortmund. Bis dahin sage ich wie immer, Collo, du bist zum nächsten Mal. Hau da rein. Einmal kurz Nachrichten lesen. Irgendwas ist mit Alaba. Irgendwas mit der Presse. Okay. Kümmern wir uns drum. Gündogan ist einsatzbereit. Und Douglas Costa bedankt sich, dass er in letzter Zeit so viel spielen durfte. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau da rein. Und tschüssi.